Willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch in nur 10 Minuten, wie ihr euch die Platin-Trophäen in Elden Ring sichert. Wenn euch diese Art Video gefällt, schreibt es mir in die Kommentare und ich lege währenddessen direkt los. In Limgrave angekommen, solltet ihr dieses fantastische Gebiet nutzen, um euch mit dem Spiel vertraut zu machen und aufzuleveln. Macht euch mit Melina bekannt und erhaltet von ihr euer Pferd. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, schon einige NPCs kennenzulernen und ihre Storylines zu starten. So zum Beispiel Bernal, den ihr hier theoretisch schon um eine legendäre Waffe das Verschlinger-Zepter bringen könnt und außerdem Rani und Bly, deren Questline wir für eines der alternativen Enden benötigen. Sobald ihr genügend Gnaden aktiviert habt, wird Melina euch in die Tafelrunde bringen und damit wird eure erste Trophäe freigeschalten. Redet hier auch mit Fia und verfolgt von hier aus an ihre Questline, die später mit einem geheimen Bosskampf verbunden ist. Bevor ihr nun zu Schloss Sturmschleier reist, solltet ihr auf jeden Fall auf der Halbinsel der Tränen vorbeischauen. Hier findet ihr in den Katakomben des Gräberwalls eure erste legendäre Asche Luthel die Kopflose und am Ende von Schloss Morn das löwenartige Scheusal, das euch nicht nur eine Trophäe, sondern auch das Großschwert der Verpflanzung gibt. Nun solltet ihr stark genug sein, um nach Schloss Sturmschleier zu reisen und hier Margit und Godric zu besiegen. Damit habt ihr euren ersten Fragmentträger erledigt und könnt seine Rune für die Trophäe Große Rune aktivieren. Jetzt öffnet sich das riesige Gebiet von Lyonia vor euch. Holt euch hier im Siegelgefängnis der Niedertracht euren ersten legendären Zauber, Flamme des grausamen Gottes. Holt euch außerdem hinter dem Drachen Smarag, den Schimmersteinschlüssel der Akademie und später Raya Lucaria betreten zu können. Vorher holt ihr euch im Dorf der Albinauren die rechte Hälfte des geheimen Heiligbaum-Medaillon und reist dann zum Anwesen Caria. Hier bekommt ihr das legendäre Schwert der Nacht und der Flamme und könnt außerdem gegen die königliche Ritterin Loretta kämpfen. Das gibt euch ihre Trophäe und macht den Weg frei zu Ranis Turm, wo ihr ihren Questen und Starten bzw. weiterverfolgen könnt. Begebt euch nun zur Akademie von Raya Lucaria, wo ihr im Kampf gegen den Roten Wolf von Radagon eine weitere Trophäe erhaltet. Außerdem könnt ihr im selben Raum auf einem geheimen Balkon euren ersten legendären Talisman Radagons Ikone sichern. Bestreitet nun noch den Kampf gegen Renala. Mit ihrer großen Rune erhaltet ihr die Fähigkeit, euren Charakter neu aufzubauen. Ich empfehle euch jetzt in die ersten zwei Untergrundlevel zu reisen, nicht nur weil diese sehr cool sind, sondern ihr könnt am Siofra Blyts Quest weiter treiben und außerdem, nachdem ihr einige Fackeln entzündet habt, gegen den Ahngeist kämpfen. An der Einsel wartet dann noch der Drachenblutsoldat von Noxzella auf euch und damit habt ihr zwei weitere Trophäen freigeschaltet. Nun seid ihr stark genug, um euch nach Kayle zu begeben. Hier sollte, wenn ihr Ranis Quest verfolgt habt, bereits das Radan-Festival in Schloss Rotmähne laufen. Kämpft hier gegen Radan, um damit den nächsten Fragmentträger zu besiegen. Dies öffnet außerdem durch einen gewaltigen Sternschauer den Weg nach Nokron und damit in weitere Untergrundgebiete. Hinter dem Schlachtfeld finden wir noch die Katakomben der Kriegsopfer und in ihnen die Asche des Rotmähne-Ritters Oga. Nach dem Ende des Festivals können wir im Schloss gegen das Duo aus Schmelztiegelritter und Scheusal kämpfen und uns das Trümmergroßschwert sichern. Reist nun noch zur Festung Ferret, sichert euch hier den rechten Teil des Medaillons von Dektus und wenn ihr schon hier seid, auch Radagons Wundsiegel. Wenn ihr euch nun den Krater, den der fallende Stern in Limgrave hinterlassen hat, anschaut, könnt ihr euch in der Festung Haid noch die linke und zweite Hälfte des Medaillons von Dektus sichern und damit den Weg zum Altusplateau öffnen. Tatsächlich gibt es einen zweiten Weg zum Altusplateau über den Ruinen überseeten Abgrund. Hier können wir gegen den Magmalind von Makar antreten, um seine Trophäe zu erhalten. Holt euch im Siegelgefängnis der Goldenen Abstürmung Godfrey's Ikone und im Grab des Heiligen Helden die Asche des Drachenritters Christoph. Reist nun noch zur Schattenburg und kämpft hier gegen Elemer, um nicht nur seine Trophäe, sondern auch eine weitere legendäre Waffe zu bekommen. Nun ist es an der Zeit, in die Hauptstadt Lainedale zu reisen. Seid hier besonders sorgfältig, da dieses Gebiet gegen Ende des Spiels komplett unzugänglich wird. Kämpft gegen Godfrey, den ersten Eldenfürsten, für seine Trophäe und vergesst danach auf keinen Fall den Blitz von Gransax, da dieser später verpassbar wird. Besiegt nun noch Morgoth für eine weitere Trophäe und treibt mit einem Sieg über ihn die Story weiter voran. Bevor wir diese aber weiter verfolgen, wollen wir uns um einige optionale Gebiete kümmern. Reist zum Beyer Gelmir und sammelt den legendären Zauber Azurs Komet ein. Im Haus Vulcan treffen wir Bernal wieder, wenn ihr ihn nicht getötet habt, und können seinen Quest weiter verfolgen. Tiefer im Haus treffen wir auf den Adligen der Götterskalve und letztendlich auch auf Raikard, einen weiteren Fragmentträger. Besiegt beide für ihre Trophäen. Besucht nun erneut den großen Krater in Limgrave und betretet über ihn den Untergrund. In Nokron treten wir im Kampf gegen die Imitator-Träne einer Kopie von uns entgegen. Tiefer im Gebiet finden wir dann die legendäre Asche-Selbiger und außerdem die Fingertöter-Klinge, die wir für Ranis Quest benötigen. Bringt die Klinge zur Hexe und nutzt die erhaltene Statue, um zum göttlichen Turm in Lyonia zu gelangen und hier das Fluchmal des Todes zu erhalten. Wieder in Nokron entzündet erneut alle Fackeln und besiegt den königlichen Ahnengeist. Reist nun noch weiter ins Aquädukt und kämpft gegen die tapferen Gargoyles für eine weitere Trophäe und den Weg in die Tiefen von Tiefwurz. In diesem fantastischen Gebiet angekommen haben wir nun die Möglichkeit die legendäre Anrufung Eldensterne einzusammeln und im Anschluss Fia wieder zu begegnen. Mit dem gefundenen Fluchmal des Todes können wir hier ihren Quest abschließen und einen geheimen Bosskampf gegen den Lichtdrachen Fortisax bestreiten. Reist nun weiter nach Noxtella, wo ihr den legendären Talisman Mond von Noxtella erhalten könnt, bevor es dann über den Fäulnessee zu einem der bediebtesten Bosskämpfe im Spiel geht. Besiegt Astell Ausgeburt des Abgrunds für ihre Trophäe und wenn ihr Ranis Quest bisher verfolgt habt, könnt ihr nun den Mondlichtaltar betreten. Hier endet der Quest um Rani, ihr erhaltet das Dunkelmond-Großschwert und schaltet außerdem eines der benötigten Enden des Spiels frei. Holt euch nun noch im Siegelgefängnis des Oberhaupts die Asche von Tiesch der schwarzen Klinge und in Shilonas Turm den legendären Zauber Ranis Dunkler Mond. Reist nun noch zum Drachenhügel und erledigt hier Grey All, den riesigen Drachen, um an der Kirche der Drachenkommunion Grey Alls Brüllen zu erhalten, eine weitere legendäre Anrufung. Redet nun mit Selen in Limgrave und verfolgt ihren Quest, um letztendlich in der geheimen Höhle Seljas Versteck ein Siegel öffnen zu können, hinter dem wir die Sterne durchs Ruins erhalten. Außerdem wollen wir noch diesen Brunnen in der Hauptstadt betreten, um ins unterirdische Reservat der Scham zu gelangen. Hier können wir Mok das Mal um seine Trophäe bringen, um dann hinter ihm einen geheimen Weg zu entdecken. Springt hier vorsichtig die Plattform nach unten bis zur Tür der rasenden Flamme. Hier haben wir nun die Möglichkeit, das zweite benötigte Ende freizuschalten. Ich empfehle, dies im zweiten oder dritten Durchlauf zu tun, da ihr gezwungen seid, sonst Ranis komplette Quest im nächsten Durchgang erneut abzuschließen. Dann ist es endlich soweit und wir betreten den Berggipfel der Riesen. Reist hierfür zum großen Aufzug von Rollt und benutzt das Siegel, welches ihr von Melina bekommen habt, um zum Gipfel zu gelangen. Hier betreten wir den ketzerischen Turm über eine unsichtbare Brücke und erhalten den letzten fehlenden legendären Zauber Ursternregen und damit die Trophäe legendäre Zaubereien und Anrufungen. Reist weiter zum Schloss Sol, wo wir in einer Kapelle die Waffe Schotel der Eklipse mitnehmen, bevor es gegen den Bosskommandant Neil geht. Dieser gibt euch nicht nur eine Trophäe, sondern auch den Weg frei zur zweiten Hälfte des geheimen Heiligbaum-Medaillons. Kehrt zum Aufzug von Rollt zurück und benutzt dieses Medaillon, um zu einer geheimen Passage zu gelangen, die euch letztendlich zum geweihten Schneefeld bringt. Betretet hier die Höhle der Verlorenen, an deren Ende ihr gegen das Kreuzfahrerscheusal antreten könnt, um von ihm die legendäre Waffe Großschwert der Goldenen Ordnung zu erhalten. Außerdem können wir auf dem Schneefeld dieses blutige Portal finden, um zum Mokwin-Palast zu reisen. Hier gilt es Mok Fürst des Blutes, um eine weitere Trophäe eines Fragmentträgers zu bringen. Kehrt aus dem Palast zurück und löst das Rätsel des Siegelgefängnis von Odina, um das Portal zum Heiligbaum zu öffnen. Hier angekommen, kämpft euch vom Baum zu den Gebäuden runter, wo wir unter anderem einen uralten Drachenschmiedestein finden können, der es uns beim Schmied erlaubt, eine Waffe auf Max-Level zu bringen und damit die Trophäe Göttertöterwaffe freizuschalten. Kämpft euch weiter zu Loretta, Ritterin des Heiligbaums, um den Weg zum nächsten Gebiet freizuschalten. In Elfael angekommen, sammeln wir hier die letzte verbleibende legendäre Asche, Reihenfoleritterin Finley, für eine weitere Trophäe ein. Außerdem gibt es die legendären Talisman in Marikas Wundsiegel und etwas weiter im Gebiet Drachen-Großschild-Talisman einzusammeln. Nun gilt es, Malenia zu besiegen, wahrscheinlich der schwierigste Kampf im Spiel und ich kann euch nur empfehlen, mit der Zeit zu lernen, ihre fiesen Attacken auszuweichen. Wenn das geschafft ist, reist zurück zum Berggipfel und besiegt hier den Feuerriesen. Dieser gibt euch seine Trophäe und außerdem im Anschluss die Möglichkeit, den Baum zu entzünden und damit automatisch die Trophäe Erdenbaum in Flammen zu erhalten. Wir werden nun automatisch nach Varum Asula gebracht. Tretet hier gegen das Duo der Göttersgalpe an und findet den geheimen Boss Drachenfürst Plakidusax für zwei weitere Trophäen. Im Anschluss können wir noch gegen Bernal antreten, wenn ihr ihn nicht schon zu Beginn getötet habt, um das Verschlinger-Zepter für die Trophäe legendäre Waffen zu sichern. Direkt hinter ihm finden wir noch den legendären Talisman des Alten Fürsten, bevor es dann in den Kampf gegen Malikev die Schwarze Klinge geht, der das Ende der Hauptstadt Leyndell besiegelt. In der nun aschernen Stadt finden wir den letzten Talisman Gunst des Erdenbaums plus zwei und erhalten eine weitere Trophäe. Im Kampf gegen den Krieger Horalu schalten wir die letzte gegnerbasierte Trophäe frei und haben nun die Möglichkeit, uns dem letzten Boss zu stellen. Wählt im Anschluss eines eurer freigespielten Enten, speichert aber vorher extern, solltet ihr auf mehrere Durchgänge verzichten wollen. Und damit habt ihr die Kurzversion gehört, wie ihr euch Platin in Elden Ring sichert. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Like für das Video da, schaut in dieser Playlist vorbei, um eine Komplettlösung für jedes einzelne Gebiet zu erhalten und abonniert den Kanal für noch mehr Videos von mir, eurem Bumblebee. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal und Tschüss.